So, hier ist wieder Willi in Sternennot. Ich brauche massiv viele Sterne noch, grüne. Sonst kann ich hier das eine nicht öffnen. Bob-Ombs im Keller. Wahrscheinlich Bombs. Bomben im Keller. Oh! Ah! 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 Guck mal, das kann ich kaputt machen. Alle anderen wissen das natürlich, aber ich noch nicht. Wow! Oh! Das war natürlich triple cool. Was, was mache ich denn damit? Wie? Ich weiß es nicht. Der sagt mir irgendwas mit der Hand. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, ehrlich gesagt. Tja. Oh. Auch hier muss ich wieder zurückkehren und das dann später erledigen. Oh, die Bomben kann man kicken. Ich habe schon einen, schon einen grünen Stern, aber... So. Ne. Da passiert gar nichts mit. Was war das denn? Warum? Warum? Also, ich habe keine Ahnung. Was muss man mit diesem Kanäckel machen? Oh! Oh! Sauber! Ich habe jetzt, glaube ich, mit... Mit Y habe ich die Bombe aufgenommen und mit Y wieder weggeschmissen. Ja, ich lerne. So, das habe ich jetzt mit... Mit vorne rechts mit dieser Taste gemacht. Ja, das war natürlich klar. Da... Da war die Überheblichkeit ziemlich groß. Kann man dieses Häschen eigentlich überhaupt erwischen? So. Und... Boom. Ach! Oh. So, ich kann hier aber hinterher... Oh! Stempel! Den habe ich eben gar nicht gesehen. Wow, das... Also, vieles... Sehr vieles basiert hier auf Zufall und Glück bei mir, wie man sieht. Oh! So, hier rein! Entschuldigung, aber ich wäre fast... Nein! Das habe ich auch noch. Oh! Oh! Oh, ich bin noch nicht fertig. Yes! Ah, Mario! Und ein Stern! Jetzt bitte nicht kaputt gehen! Ich brauche... Ich brauche Stern! Excellent! Yes! Fine, fine, fine! Okay. Komm, Bom! Oh! 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 Okay! Das war wieder Glück! Komm! Komm, Bom! Hier musst du hin! Hahaha! So! Jetzt wollen wir doch mal gucken! Boom! Oh! Oh! ZL vorne links! Oh, das ist schon das Ende! Äh! Ich habe natürlich keine Ahnung, wie ich da jetzt ganz oben drauf komme. Ach, hier ist eine Bombe! Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Kommt die vielleicht nochmal zurück? Nein! Ich habe gelost! Das war ein... Ein Fail! Ja, da komme ich wahrscheinlich nie wieder drauf. Auch nicht mit meinen lächerlich-komischen Bewegungen. Wow! 800! Episch! Dafür habe ich, glaube ich, zwei Sterne... ...bekommen. Und... Ja! Ein Stempel! Nicht zu vergessen. Zehn Sterne brauche ich noch. Gebt mir einfach zehn Sterne. Gibt es hier zehn Sterne auf einmal? Das ist fettig riesig. Es gibt einen Stempel. Also wenn ich dreimal auf den Kopf springe, kriege ich dann... ...nichts. Ich brauche grüne Sterne. Gibt mir grüne Sterne. So. So, hier nochmal. Hüpfparcours durchs Schlemmerland. Oh, jetzt gibt es was zu essen. Oh, die Sahne. Hm. Da kriege ich Hunger. Ich nehme an, dass die gleich weggehen. Ha! Ach so geht das. Okay, verstehe. Das ist gut. Aha. Juhu! Ich habe nicht gesehen, was da noch rechts ist. Oh, die Kekse mag ich auch sehr gerne. Ich nehme an, dass ich da nicht draufkomme. Oh! Doppel. Uh! Ich habe gar nicht... Was passiert denn hier? Nichts. So. So, was muss ich machen? Ach so. Bleibt der jetzt da unten? Oh, nein! So. Nein, der hat mich betroffen. Nein, der hat mich auch schon rein. Muss ich da rein vielleicht? Nee, aber ich kann. Nein, aber ich kann. Nein, aber ich kann. So, mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Das habe ich... Offensichtlich nicht verstanden. Oh, nein. So, da kommt die Kugel. Oh! Hä? Was? Wo ist denn mein Denkviel? Natürlich ist das falsch, aber... Oh, bitte nicht. Lauf! Oh! No, 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 no. Aber wie komme ich denn da hinten hin, wenn das so eine große Schlucht ist? Hä? Hä? Oh! So wahrscheinlich nicht. Ich trau mich das kaum auszusprechen, aber ich hab Schiss, dass ich das überhaupt nicht schaffe. Ich, äh, komm jetzt noch nicht mal hier an diese... Aaaaah! Oh! Kann ich das nur kriegen, wenn ich klein bin? Nein, ich war doch eh wohl nicht klein. Oh nein, das hat's denn erwischt! Ich bin einfach mal hier in die Hälfte. Ich bin einfach nicht einig und wie immer da etwas in den Hälften. Okay. Und dann, wenn ich noch eins stehlen... Ich bin einfach nicht der Leitung. Ich bin einfach. Oh, ich bin einfach nicht zufrieden, wenn ich da so ein bisschen versuche. Ich bin einfach nicht zufrieden. Ich muss da gar nicht hin. Ah! Ich steuere das hier so. Ja, komm. Noch eine Kugel. Geht das nicht? Oh, man. Ist das jetzt vorbei? Oder kann ich da nochmal rein? Okay. Oh, das war aber Glück. Ah, gut. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, ich musste da hin. Muss ich ja gar nicht. So, jetzt heißt es hier Surviven. Ah, ich trottel. Drei Leben nur noch. Hau ab, hau ab, hau ab, lauf und springen. Okay. Ah, hau ab, hau ab. Ich hab's vergessen. Das... Ah, mit jedem Knopfdruck wechseln die. Oh. Jetzt ist so wieder so weit. Gott Modus. Ich probiere jetzt mal. Kann ich da einfach so durchlaufen? Ja. Das hatte ich mir schon gedacht. Das sind zwei Götter. Oh. Nur in diesem Spülert-Typ. Oh. Jetzt doch mal. Ach so. Okay. Ich hab's. Oh, ich brauch da gar nicht. Oh, da sind die. Oh. Ich habe einen geopfert. Oh. Immer wieder. Oh, warte mal. Was gibt's denn hier noch? Oh, oh. Ich weiß schon wieder nicht, was ich hier machen muss. Das müsste mir auch vielleicht jemand mal sagen. Ja, komm hier hin. Kann ich den ziehen? Chewie. Das ist der Stempel da hinten. Und ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Das ist doch eine 2. Muss ich da hinfliegen? Dann. Nee. Ja, auch bitte das in die Kommentare schreiben. Denn ich hab mal wieder keine Ahnung, wie ich das Ding da hinten kriege. In den Stempel. Und jetzt machen wir auch erstmal eine klitzekleine Pause. Holen wir was zu trinken. Dann sag ich mal bis bald. Und wünscht mir weiterhin Glück. Bye, bye. Oh. Da guck ich noch. Acht Sterne rein. So, jetzt hau ich aber kurz ab. Natürlich mach ich das auch noch. Oh. Den Stern nehmen wir hier aber noch. So. Jetzt brauche ich hier 20 grüne Sterne. Ah. Ja. Oh. Und 100 grüne Sterne. So, jetzt hau ich aber ab. Bis später. Bis später.